Ich bin Olivia und ich arbeite als Floristin bei Blumenbaumberger in Koppigen. Das Wichtigste an unserem Beruf ist der Kundenkontakt, die Kunden beraten, nähren, im Sträuse bingen, die verschiedenen Techniken und natürlich die latinischen Blumen nehmen. Schön an unserem Beruf ist, dass wir so unterschiedliche Arbeiten haben für Anlässe wie Hochzeiten und Beerdigungen. In unserem Beruf ist es wichtig, dass du Freude hast am Kundenkontakt. Wir sind auch den ganzen Tag auf den Beinen und dass du ein bisschen Ahnung hast von Farben, Formen und Blumen. Ich habe am meisten Freude, dass ich mit dem, was ich mache, an einem Kunden Freude bereiten kann. Bist du auch kreativ und arbeitest gerne mit Blumen, dann schau doch bei den SwissKills bei uns vorbei.